Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Ja, Intro-Teaser, was auch immer Cast dazu. Mein Name ist Dom und ich bin natürlich nicht alleine, wie auch schon vor zwei Jahren. Ein herzliches Valar Morghulis an meinen Mitstreiter, den Paul. Moin! Valar du Herres, einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Auch von meiner Seite. Ja, zwei Jahre ist es schon her. Krass, ne? Ja, ich kann es ehrlich gesagt auch schwer glauben und es ist irgendwie immer so, es kann nicht schnell genug rumgehen und es geht doch irgendwie schnell rum. Das ist immer, ja, pass auf, was du dir wünschst, heißt es ja so schön. Ja, freut mich, dass wir wieder in dieser Konstellation zusammenkommen. Es ist wirklich, also es ist nicht ganz zwei Jahre her, glaube ich. Aber es dürfte, ja, also es kommt ja diesmal auch eher und die Staffel ist ja ein wenig kürzer diesmal, ne? Also wir haben ja, glaube ich, ja, acht Episoden sind es. Wir werden aber wahrscheinlich wieder alle besprechen, ausführlich in Recaps. Allerdings gibt es dabei eine kleine Planänderung. Ich werde das Ganze hauptverantwortlich übernehmen und wir gucken mal, wann du so zeit- und lusttechnisch dazustoßen kannst. So sieht's aus, ja. Aber du hast trotzdem Bock drauf, denke ich mal, ne? Ja, ich bin durchaus gespannt, wohin denn jetzt die Reise geht. Wir werden jetzt in dem Cast vielleicht nochmal so ein bisschen zurückschauen auf die erste Staffel. Du hast die dir ja auch nochmal in Gänze angesehen. Dazu hatte ich jetzt im Vorfeld keine Zeit. Wir werden trotzdem kurz nochmal ein bisschen darüber reden und auch, was uns jetzt in Staffel zwei so erwarten könnte oder was wir uns erhoffen. Und so ein bisschen Ahnung hast du ja zumindest da auch schon, denn du hattest sogar schon Gelegenheit, die erste Folge der neuen Staffel zu sehen, was ich jetzt auch noch nicht getan habe. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nochmal so ein bisschen mitzunehmen und nochmal vielleicht einzustimmen auf das, was uns die nächsten Wochen mit House of the Dragon Staffel zwei erwarten wird. Ja, und das ist tatsächlich eine ganze Menge, wenn man jetzt guckt, was da noch so ansteht aus der Vorlage. Ich muss dazu anmerken, vor zwei Jahren kannte ich die noch nicht. Ich habe sie aber zwischendurch, also in den letzten zwei Jahren irgendwann, habe ich sie tatsächlich nachgeholt, also Feuer und Blut als Hörbuch. Ich habe jetzt auch letztens nochmal einige Sachen nachgehört und muss sagen, in Verbindung mit dem Rewatch der Serie weiß ich tatsächlich doch so einige kreative Entscheidungen aus der ersten Staffel ein bisschen mehr auch zu schätzen, beziehungsweise habe da einen etwas anderen Blick drauf bekommen. Wir müssen hierzu anmerken, also das sage ich jetzt hier nochmal ganz groß, in diesem Cast hier werden wir wahrscheinlich auch das eine oder andere aus der ersten Staffel spoilern. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an oder wenn es vielleicht auch zu lange her ist und ihr nicht mehr alle Ahntafeln vorwärts, rückwärts, seitwärts runterbeten könnt, dann schaut euch die erste Staffel vielleicht auch nochmal an. Die ist ja auch unter anderem bei Sky zu sehen, wo dann ja ab dem, nee genau, in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni geht es dann los. Bevor wir da jetzt aber nochmal tiefer einsteigen, ja es ist wirklich schon eine Weile her und du hast sie zwischendurch auch wahrscheinlich nicht nochmal gerewatcht, die erste Staffel, ne? Nein, also jetzt im Vorfeld sowieso nicht und auch seit der ersten oder seit dem Ende der ersten Staffel nicht nochmal. Ich hatte aber auch nie so richtig das Bedürfnis dazu und jetzt hinten raus letztendlich auch nicht die Zeit. Einzelne Folgen, ja, aber im Großen und Ganzen gehe ich ganz unvermittelt in Staffel 2. Ja, du meintest ja, dass du dir ab und zu, also ob es jetzt bei Game of Thrones ist oder dann wahrscheinlich auch bei House of the Dragon, dass du dir ab und zu mal so irgendwie Highlight-Compilations oder so auf YouTube gerne mal ansiehst oder auch mal eine Folge aus der Reihe. Ja, dann eher das, ja tatsächlich. Was ist dir denn da so besonders noch im Gedächtnis geblieben von Staffel 1? Die Gedanken habe ich mir jetzt auch nochmal gemacht, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen nochmal, ja, zurück ins Boot geholt sozusagen, was die Serie betrifft. Und es ist auf jeden Fall eine der prägnantesten Szenen, die mir jetzt auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist Viserys, wie er sich da durch den Drohensaal schleppt. Ja. Das, ja, in Folge 8 war das, glaube ich. Mhm. Also, als eine, auch als eine der Schlüssel-Szenen, die ist auf jeden Fall noch sehr präsent. Es ist mehr oder weniger eine ganze Folge, nämlich die Episode 7, Driftmark. Mhm. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, minus die Nachtaufnahmen am Tag, weil sobald man, sobald man halt einmal, also beim ersten Mal ansehen, wirkt es schon so ein bisschen komisch und sobald man dann auf den Draht gekommen ist, wie das auch produziert worden ist, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Ja. Und es sieht schon teilweise ein bisschen seltsam halt einfach aus. Ja, dieses Day for Night, also, da kann ich mich dir anschließen. Ich muss dazu sagen, ich bin da damals nochmal so wirklich bewusster darauf aufmerksam geworden durch eben die sehr, sehr guten Analysevideos vom Kanal Nerdkultur, der dann darauf hingewiesen hatte, dass es schon sehr auffällig ist, naja, dass die alle in absoluter Dunkelheit aus irgendeinem Grund Schatten werfen. Und, dass die Fackeln auch irgendwie nicht wirklich, äh, Licht oder, oder Wärme abstrahlen, na, das ist schon. Ja, es sieht halt alles gleich beleuchtet aus, obwohl es, wie gesagt, bei den Nachtaufnahmen ja gar nicht so viele Lichtquellen geben dürfte. Mhm. Ja, aber das ist, komm ich weiß, das ist so eine Sache, die vielleicht an der Folge, aber die Folge 7 an sich, als, ja, wenn man sich den Rest der Staffel anguckt, wo durch die Zeit gesprungen wird, wo, wo Figuren im Rekordtempo altern. Oder was, oder auch nicht, je nachdem, ähm, oder wo es Sprünge in der Handlung gibt. Und dann so eine Folge dort zu haben, die mehr oder weniger fast nur an diesem Ort spielt und wo diese ganzen Beziehungen und diese ganzen, ja, Geflechte, die da schon zuvor aufgebaut worden sind, so ein bisschen zu einem vorläufigen Höhepunkt finden. Das ist in dieser Folge schon sehr gut gelungen. Ja, das hat der Serie ja auch, äh, für mich im Rewatch nochmal, äh, unglaublich gut getan. Ähm. Ja, das glaube ich. Also, mit den Zeitsprüngen kann ich zwar leben, aber ich merke auch wirklich, also, mir hat die Staffel jetzt im Rückblick immer noch sehr gut gefallen, aber ich finde, die Serie hat schon, die hat schon sehr eindeutige Schwächen. Und, äh, man darf auch echt nicht drüber nachdenken. Also, es ist halt dann, mit den Zeitsprüngen ist das irgendwann dann fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch, weil während die einen, äh, Darstellerinnen, Darsteller ständig ausgewechselt werden, Also, gar nicht mal so jetzt Rhaenyra und, äh, Alicent, die beiden Kontrahentinnen um den Thron, sondern eher die Kinder. Also, da gibt's ja wirklich, äh, hier die, die Söhne von, äh, Alicent oder auch Rhaenyra eben, oder, ähm, ja, Helena nicht so, aber auf jeden Fall die Söhne, die haben ja teilweise wirklich drei Darsteller, ne? Also, da gibt's ja wirklich die ganz kleinen Kinder, dann die mittleren und jetzt die dritte Ebene, ne? Ja, gut, da sind ja aber die, die Alterungsprozesse auch viel, viel schneller vonstatten gegangen. Ja. Also, geht ja eh. Ja, aber. Deswegen, das versteh ich schon. Ja, ja, aber, aber während, während die halt altern oder ausgewechselt werden ständig, äh, gibt es dann diese Figuren, die wirklich absolut zeitlos sind. Und das kann ich zwar bei jemandem wie Sir Harold Westerling, äh, der irgendwie, ich mein, der ist schon in der ersten Folge, äh, ja, in seinen besten Jahren, sag ich mal, einen Ritter, ne? Und, äh, 27 Jahre später sieht er immer noch so aus. Und, äh, mit Damon. Ja, das ist ja auch so ein bisschen bei Ray, bei Rayness ist das ja auch so. Ja, bei Damon auch, ja, ja. Ja, ja, obwohl, da kann man's vielleicht noch, ich mein, diese Weißhaare, die sind halt ein bisschen, äh, also die, die kann man noch vielleicht im Ansatz zeitloser inszenieren. Aber auch bei, bei Kristen Cole ist das, ist, ist wirklich banal. Ich mein, ich hab jetzt, ich hab jetzt, äh, in Feuer und Blut, äh, gehört, der ist 23, als er, äh, der Königsgarde beitritt. Also, als er da zum persönlichen Leibwächter von Rhaenyra, äh, äh, ernannt wird. Oder auserkoren wird. Und, äh, ja, dann liegen da später 20 Jahre zwischen und denkst du so, aha, der ist jetzt in, in eine 40 oder geht so langsam auf die, auf die 50 zu. Also, das ist, äh, das sind so Sachen, die muss man schlucken. Ja. Ja, also, und da sind wir jetzt vielleicht ja auch in so einem Gefilde, wenn wir jetzt immer noch beim Rückblick auf Staffel 1 sind. Ich hab ja so meine, die Dinge hervorgehoben und es sind sicherlich noch Einzelszenen mehr und vor allen Dingen auch darstellerische Leistungen mehr, die, also es ist jetzt nicht nur, dass mir Folge 7 irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, aber das war so wirklich das, das Präsenteste, aber allein auch die Darsteller hier, die DarstellerInnen. Mhm. Und das geht ja jetzt eher so in Richtung und das ist auch einer der Punkte, die vielleicht etwas holprig waren in Staffel 1 und die jetzt gerade bei diesem Alten oder auch, wir hatten es in der Staffel schon zu Genüge, glaube ich, gesprochen, dieser Krankheitsverlauf von Viserys. Ja. Der, ich weiß nicht, wie der im Rewatch wirkt, ob er da auch so holprig wirkt, aber ich erinnere mich, dass man ihn in der einen Folge ja schon sehr, na, Angeschlagen erlebt. Sehr gebrechlich erlebt hat und dann sind irgendwie nochmal fünf Jahre oder so vergangen und dann ging es ihm wieder besser, bevor es ihm dann richtig schlecht ging und Studer seine tolle Grabesrede halten konnte für alle, die sich das nochmal anhören wollen. Und das war dann wahrscheinlich das Recap zu Folge... Neun. Acht? Neun? Neun. Neun. Okay, dann da vielleicht nochmal reinhören, da gab es ein paar Worte von einem unserer, einem unserer lieben Kollegin hier beim Tele-Stammtisch, der da vor Beginn der Folge noch ein paar Worte an Viserys geschrieben hat. Genau, ähm, das ist ja sowas, äh, was vielleicht eher etwas negativ herausgestochen ist und vielleicht auch nicht das einzige war, womit wir und auch andere, äh, Probleme hatten. Irgendwie hat man da so ein bisschen, glaube ich, die, die Schwerpunkte falsch gesetzt, also auch im Hinblick jetzt wieder auf Alterungsprozesse. Ich hatte wirklich so jetzt im Rewatch das Gefühl, die haben das ganze Budget für, für Make-up und Maske in Viserys gestopft, vor allem in die achte Episode oder, ja, also generell so in seinen Krankheitsverlauf. Ja. Und für den Rest war irgendwie kein Geld mehr da, also es, und so im Nachgang ist es schon, also, also der, der Krankheitsvorlauf von Viserys, der macht halt wirklich, also zum einen wird es nie wirklich klar, was er da jetzt eigentlich hat. Im Buch ist es ja die Gicht, das kann aber nicht sein. Ich meine, es ist ja, es ist ja auch vollkommen, natürlich kann es auch vollkommen, man kann es ja so erklären, natürlich geht es, äh, mal schlechter und mal wieder besser. Mhm. Aber wenn man halt, und vor allen Dingen durch die, durch diese Zeitsprünge, das halt so zersplittet darstellt und dann zeigt, guck mal, das ist, vielleicht hat der Gesundheitszustand A gar nichts mit dem Gesundheitszustand B dann wieder zu tun, weil da so viele Jahre wieder dazwischen liegen. Mhm. Aber es fügt sich halt nie so richtig zusammen, warum man das dann in der einen Folge dann doch vielleicht schon früher etwas, etwas kränklicher inszeniert hat als, als später. Aber verbildlicht natürlich auch seinen, seinen angehenden Machtverlust da. Ja, aber, also ich kann mir auch vorstellen, dass das halt im Rewatch dann so bleibt. Ja, leider. Es, äh, also es ist vor allem, ja, dahingehend wirklich schon einfach unfreiwillig komisch, weil, ähm, er fällt wirklich. Ja, es war, es war doch auch Stu. Ja, 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 ja. War es nicht auch Stu, der, der jede Folge dann wieder meinte, äh, ja, er lebt noch. Ja, ja, er meinte jetzt auch zu mir, dass er eigentlich, äh, so, äh, schöne Grüße an Stu, aber, äh, ich glaube nicht, dass er hier nochmal aufschlagen wird, weil er meinte letztens zu uns, glaube ich, also entweder zu mir oder zu uns beiden, äh, dass er absolut gar nichts mehr weiß von House of the Dragon, nur, dass da dieser König war, der einfach nicht sterben wollte. Das hat sich eingebrannt, ja. Ja, also es, es ist wirklich auch dramaturgisch einfach ein bisschen, ein bisschen, äh, äh, holprig, weil, wie sehe, das kippt halt wirklich genau vor diesem Zeitsprung, den es ja, also den, den härtesten Zeitsprung gibt es ja in der Mitte der ersten Staffel, ne, also von der fünften auf die sechste Folge. Miguel Sapochnik hat ja, also der Regisseur hat, äh, und, und, äh, nunmehr Ex-Showrunner, über den wir gleich noch kurz reden werden, hat, äh, gesagt, dass die sechste Folge ja für ihn praktisch mit den neuen Darstellerinnen, äh, 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 so eine Art Soft-Reboot ist, mittendrin. Ja, da geht's ja so eigentlich los. Genau, richtig, da, da, da geht's ins Eingemachte und, äh, ja, es ist halt schon, also am Ende der fünften Folge, die ja generell so ein bisschen durchwachsen war, also die, das hat sich bei mir leider auch nicht gebessert, äh, weil sie da eben auch zu sehr an den Trademarks der Mutter-Serie hängen, was Hochzeiten angeht. Das war die Hochzeit. Ich hab jetzt gerade überlegt, was die fünfte Folge war, aber stimmt. Das war die Folge, ja. Da fällt er, glaub ich, bei der Trauung, äh, von Rhaenyra und Laenor fällt er um und dann ist die Folge zu Ende, dann gibt's einen Zeitsprung von zehn Jahren und, ja, man muss ganz ehrlich sagen, zehn Jahre später geht's ihm deutlich besser, also er hat zwar nur noch einen Arm und, äh, sieht's, also auch weniger Haare und so, aber, äh, er ist irgendwie fitter und dann, ach, das, das ist alles nicht konsistent, aber jetzt bei aller Kritik muss ich sagen, äh, dass, ähm, was du erwähnt hast, also sowohl die Szene, wo er sich auf den Thron schleppt, äh, immer noch grandios und dann auch dieses letzte Abendmahl mit ihm, äh, wo die Familie ihm irgendwie Happy Family vorspielen darf und er dann auch die, die Maske abnimmt, das ist, das ist ziemlich großartig gemacht. Also man, man kann über den Krankenhausverlauf selber kann man streiten, aber so dieser Schlusspunkt, der ist umso gelungener und, äh, ich muss sagen, ich find's auch immer noch bedauerlich, dass Paddy Constantine da nicht irgendwie ein bisschen mehr, äh, also in meinen Augen hätte der eigentlich einen Emmy verdient gehabt für, äh, für diesen Auftritt. So viel vielleicht zu Staffel 1, wir können ja mal vorsichtig nach vorn blicken zu Staffel 2, das jetzt natürlich von deiner Seite vor allen Dingen aus komplett ohne Spoiler. Ja, also wir werden jetzt nichts, was die Handlung, äh, betrifft, äh, vorwegnehmen, sondern uns allgemein vielleicht nochmal so über, äh, uns über unsere Erwartungen unterhalten und vielleicht auch über das eine oder andere, was so an Neuerungen in Staffel 2 hinzukommt und du hast das gerade angesprochen, Mikael Sopocznik ist nicht mehr mit an Bord. Genau, äh, das weiß man ja schon seit, äh, ja, mehr oder weniger, ich glaube sogar schon der Anfangsphase von Staffel 1 damals. Ähm, und dann war man direkt so, ach ja, hier Driftmark vor allem ist so sein, sein Opus Magnum, ne, in der Serie, äh, also zumindest House of the Dragon und, ähm, ja, jetzt ist so, äh, ans Licht gekommen, ähm, dass, äh, sein Weggang wohl nicht, ja, unter nicht ganz so einem tollen Stern steht. Also Matt Smith hat sich unlängst, äh, in einem Interview geäußert gegenüber Variety und, äh, gesagt, dass man in, also er hat es zwar nicht so direkt formuliert, aber er hat gesagt, man wird seinen Weggang spüren. Also, äh, äh, also, äh, er war ja nicht nur der Regisseur, sondern auch der Co-Shore-Runner von, äh, Ryan Condell und, äh, der führt das jetzt im Alleingang weiter, dann, äh, natürlich irgendwie noch so mehr oder weniger zusammen mit George R. R. Martin. Aber ja, Miguel Sapocznik, äh, scheint schon sehr, sehr wichtig gewesen zu sein für diese Serie und auch, äh, deren, ja, äh, funktionieren in der ersten Staffel und, ähm, ja, die Gründe, warum er sich wahrscheinlich so ein bisschen mit HBO zerkracht hat, waren wohl, also, es sollen wohl unter anderem kreative Differenzen gewesen sein und wo sich das wohl auch jetzt äußern wird und das kann ich auch schon bestätigen, weil, wenn man sich erinnert, in der ersten Staffel gab es ja diese, äh, Kammerzofe von Alicent, äh, diese Talia und, ähm, die wurde gespielt von Alexis Rabin und Alexis Rabin ist niemand Geringeres als die Frau von Miguel Sapocznik und, äh, da wurde wohl, also, die ist wohl jetzt auch nicht nochmal besetzt worden dafür, die Rolle fällt wohl jetzt einfach komplett weg und unter den Tisch. Ja, da gab es wohl einige Unstimmigkeiten, also, es ist wohl nicht so, dass er, weil, äh, vor zwei Jahren wurde ja eher so kommuniziert, ja, äh, ähm, ihm ist das jetzt ein bisschen zu viel geworden und der will jetzt mal irgendwie eine Auszeit nehmen und so weiter und so fort und dann jetzt wieder die berüchtigten kreativen Differenzen. Ja, ich muss sagen, es hat so einen leicht bitteren Nachgeschmack, ne, vor allem, weil der halt wirklich herausragende Arbeit geleistet hat in der ersten Staffel. Ich erwähne da auch nur mal die, äh, äh, Plansequenz am Anfang der sechsten Episode, wo, äh, Emma Darcy eingeführt wird als, äh, ältere Rhaenyra und das Ganze wirklich, ja, ohne Schnitt inszeniert ist, bestimmt drei, vier Minuten lang. Ja. Äh, fand ich ganz, ganz großartig und ob wir dann sowas nochmal sehen werden, ne? Ja, genau. Also inszenatorisch ist es auf jeden Fall ein Verlust, ähm, aber auch, wenn ich jetzt, also, ich hab auch in diesem Interview, ähm, hat Matt Smith auch gemeint, dass das wahrscheinlich auch Auswirkungen ist auf die Zeichnung von seinem Charakter hat. Mhm. Ähm, äh, auf Damon jetzt ganz konkret, der sich wohl dann nicht mehr so, ja, so, so anfühlen soll oder etwas anderes anfühlen soll als in Staffel 1, das kann ich jetzt sagen, weil ich es nicht wirklich weiß, äh, und ich weiß auch noch nicht, inwieweit sich das schon nach, äh, Folge 1 bestätigen oder, oder verneinen lässt. Ähm, deswegen bereitet mir eher, eher Sorgen als tatsächlich alles andere. Ja, wobei ich da auch sagen muss, äh, also klar, Matt Smith, äh, äh, betont auf jeden Fall, wie wichtig Sapochnik dafür war, dass er eben auch halt ein erfahrener, äh, Veteran von Game of Thrones ist. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch schon seit damals bekannt, kehrt ja jemand anderes zurück, der, äh, Thrones auch, äh, einige Folgen inszeniert hat, vor allem in den ersten paar Staffeln, äh, nämlich Alan Taylor kehrt zurück, der, äh, ja, in den ersten beiden Staffeln durchaus wirklich gute Arbeit abgeliefert hat, zwischendurch ja auch sich ins Kino verirrt hatte mit Thor 2 und, äh, Terminator Genisys, was jetzt nicht so von Erfolg gekrönt war. Ähm, und dann kam er zwischendurch nochmal zu Game of Thrones zurück, um eventuell die, aus meiner Sicht, schlechteste, äh, Episode der Serie zu inszenieren, die da heißt Jenseits der Mauer. Warte, 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 lass mich, lass mich, warte, 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 ah, ich wollte raten, aber ich hätte auch Jenseits der Mauer erscheint, ich hätte auch Jenseits der Mauer getippt, ja, okay. Das, äh, das lag vielleicht auch nicht an ihm, das Skript ist da auch schwierig, aber, ja, gut, da kann man dann natürlich schon besorgt sein, auf der anderen Seite, ja, mal abwarten, ist trotzdem fähiger Handwerker. Und was man auch sagen muss, um jetzt hier nicht komplett pessimistisch zu, zu werden oder zu bleiben, dass sich in Staffel 2 was ändern wird oder allein von der Struktur was ändern wird, das ist uns ja allen eigentlich bewusst, denn wir können ja jetzt nicht, äh, jetzt Staffel für Staffel mit Zeitsprüngen und so weiter durch, äh, die Geschichte hetzen. Nein, das Tempo wird vermutlich zurückgeschraubt werden, das, also es wird deutlich weniger durch die Zeit, äh, gesprungen werden als in der ersten Staffel, wahrscheinlich sogar gar nicht oder nur in, in Monatsabständen oder so, wie man es halt bei Game of Thrones auch hatte, wo es einem dann vielleicht gar nicht mehr so richtig aufgefallen ist. Und, dass sich etwas ändert, muss ja auch nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein, denn wie wir ja auch schon gesagt haben, es gibt ja durchaus, und das sind nicht nur diese, so einzelne Verläufe oder vielleicht auch einzelne Charakterzeichnungen über die erste Staffel hinweg, die ein bisschen holprig abliefern, aber, dass sich da etwas ändert, kann ja auch noch so anderen Punkten, die wir, an die wir uns so ein bisschen gestört haben in Staffel 1, wieder gut machen oder besser vielleicht verarbeiten. Und das ist zum Beispiel, also als einer der Punkte, die ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, die, die enge Verbundenheit zur Mutterserie oder dieses enge Verknüpftsein, jetzt natürlich thematisch, weil es in demselben Universum spielt, aber auch von, von der Inszenierung, von den Story-Trademarks, von Figuren, die teilweise einfach wie, wie Schablone, aus der Mutterserie übernommen wirken und dann einfach hier auch ihren Platz finden sollten, weil das gehört halt einfach, ja, das gehört dann halt einfach dazu. Und da war es natürlich in Staffel 1, du hast sie von uns angesprochen, diese Hochzeit, die, also die sich da wirklich krampfhaft versucht hat, diesem Trademark der, der schrecklichen Hochzeiten in Game of Thrones zu bedienen, was aber eher einer Figur dann nochmal so richtig geschadet hat, nämlich Kristen Cole. Mhm. Game of Thrones Titel Musik hatten, das Intro hätte ja schon alleine visuell die Verknüpfung zur Mutterserie hergestellt. Mhm. Verknüpft es aber zusätzlich nochmal über das, ähm, über das Intro damit, wo wir uns, ich weiß, vor zwei Jahren, als wir hier den, den Ankündigungscast für die Recaps zur ersten Staffel gedreht hatten und wir uns noch ausgemalt hatten, was denn für ein Intro da entstehen könnte, weil wir, damals kannten wir das Intro, glaube ich, noch nicht, das wurde, da war nur ein Blackscreen. Und wir haben noch so mitlegt, wie, wie und, äh, wie kann man das Targaryen-Theme damit einbinden und dann schon ein bisschen ernüchtert waren, als es dann doch wirklich nur das Game of Thrones, äh, Opening-Title war. Ja. Aber ja, all das sind ja Sachen, die sich, äh, weiterentwickeln können in einer Staffel 2, die schon wahrscheinlich andere Wege einschlagen wird. Also ich kann ja, äh, jetzt mal kurz darauf kommen, ich habe ja schon die ersten, äh, beiden, äh, Episoden sehen dürfen, werde jetzt natürlich nicht großartig spoilern, aber ich kann schon mal sagen, äh, was das Tempo angeht, äh, die Vermutung kann ich durchaus bestätigen und es steht tatsächlich auch sehr in der Tradition von Game of Thrones, wenn man sich da halt die, die, ähm, Folgendramaturgie oder Staffeldramaturgie so ansieht. Die neunte Folge einer Staffel war immer so der Höhepunkt, die zehnte, äh, hin und wieder auch, beispielsweise The Children oder The Winds of Winter in den späteren, äh, Game of Thrones-Staffeln, aber, äh, vor allem die Auftakt, äh, Episoden einer Staffel sind eigentlich immer recht gediegen und ruhig. Das ist immer so, äh, Plot rekapitulieren, sortieren, aufbauen, Stühle rücken im Cast oder, äh, neue Figuren einführen und, äh, in der Tradition steht, äh, Staffel 2 dementsprechend auch. Mhm. Und, äh, das ist auch, äh, nicht unbedingt was Schlechtes. Also, ich empfand es eigentlich als sehr angenehm und sehr, sehr konzentriert. Ich habe auch den Eindruck, dass hier durchaus auch eine Qualität, äh, zum Tragen kommt, die, äh, bei solchen Folgen wie Driftmark schon irgendwie durchkam. Also, dass man jetzt endlich diese elenden Zeitsprünge hinter sich hat. Das hat ja Ryan Condell auch gemeint, äh, also ich kann ihn hier mal zitieren. Ich denke, das Tempo wird sich, äh, eher wie ein Momentumaufbau anfühlen. Staffel 1 war halsbrecherisch, weil man zwischen den Zeitperioden hin und her springt, während Staffel 2 sich anfühlt, als würde man in Episode 1 eine Zündschnur anzünden und zusehen, wie sie abgeht. Und an manchen Stellen stehen, äh, gehen kleine Sprengladungen hoch. Und das kann ich nach den ersten beiden Folgen wirklich bestätigen. Also, beide Folgen sind eher relativ ruhig und gediegen, aber haben beide zum Ende, äh, ihre Höhepunkte, die so die kleinen Sprengladungen sind. Und gerade die erste Folge wird auch, glaube ich, also, da bin ich jetzt schon gespannt auf die Reaktion, wobei es nicht ganz so rabiat ausgefallen ist, wie ich das gedacht hatte. Aber, äh, ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich die, die Vorlage jetzt mittlerweile doch relativ im Kopf habe. Da kann ich auch noch mal ganz kurz auf was kommen, weil ich ja meinte, dass ich, dadurch, dass ich jetzt Feuer und Blut, äh, zumindest, äh, auditiv nachgeholt habe, äh, das noch mehr zu schätzen weiß. Weil, ähm, Feuer und Blut ist ja bekanntlich kein wirklicher Romantext. Es ist wie ein Geschichtsbuch aufgebaut mit verschiedenen Quellen, die sich auch gerne mal gegenseitig widersprechen. Und, äh, vor allem sind das Quellen, also halt, äh, äh, Charaktere, die, die, äh, in die Ereignisse mehr oder weniger involviert waren und das dann später rekapituliert haben für die Geschichtsschreibung. Und, äh, dazu gehören, äh, der Septon Konstanz und, äh, ein Hofnarr, der eigentlich für einen Schwachsinnigen gehalten wird und in dessen Gegenwart sich dann die Feinlords und Ladies nicht, äh, großartig zurücknehmen. Aber der kriegt mehr vom Geschehen mit, als man denken könnte. Und ich muss sagen, jetzt so im Hinblick auch auf Staffel 1 fand ich es sehr interessant, wie sie in der Serie wirklich von diesen Quellen, die einander ständig widersprechen, äh, alle so ein, so ein bisschen nehmen, also ein bisschen Wahrheit davon, bisschen Wahrheit davon und dann, äh, eventuell noch was Eigenes hinzufügen. Also wirklich so diesen Spin, äh, selbst von dem, dem absurdesten Geschwätz, da steckt immer ein Körnchen Wahrheit hinter. Und die Serie zeigt ja auch vieles, was für uns und auch den Romanleser eigentlich hinter verschlossenen Türen abgeht, ne? Und, äh, darin liegt der Reiz des Ganzen. Und das setzen sie hier in Staffel 2, äh, auch nahtlos fort, was das betrifft. Okay. Ja, du konntest ja jetzt schon so ein bisschen schauen, ob Erwartungen, die du hattest, ähm, ein bisschen erfüllt oder zumindest die Ansätze erweisen, erfüllt zu werden. Ich hab noch so ein bisschen, zumindest mit dem Tempo, gut, das war eigentlich ja schon die Erwartung direkt nach Staffel 1, weil wir schon wussten, ähm, wir haben das Gröbste, was die Zeit, äh, anbetrifft, geschafft. Und ich meine, wenn, sollte dann in ein paar Jahren, wenn die Serie fortgeführt wird, ähm, es dabei bleiben. Und diese erste Staffel, die halt ihre Momente hatte, aber zwischendurch, egal in welcher, egal unter welchem Thema da ein bisschen holprig daherkam, Sollte das dann halt so sein, dann wird sich das, glaub ich, trotzdem irgendwie einfügen, wenn sich die anderen Staffeln jetzt vielleicht etwas kohärenter aufbauen. Und bisher klingt das ja so, ich bin noch gespannt auf die ersten Folgen. Es gibt noch so eine Handvoll Dinge, an die ich halt so denke. Das eine ist, wie gesagt, sich eben mehr lossagen von dem, was Game of Thrones, äh, mal war, so diese eigene Sprache finden. Ich hoffe, dass da zum Beispiel bei, äh, Claire Killner, wenn sie wieder auf dem Regiestuhl sitzt, ähm, da das fortsetzt mit so einer Handschrift, die man vielleicht auch schon in der ersten Staffel gesehen hat, äh, ich hoffe auch, dass, äh, die Nebenfiguren da weiter kohärent und auch tiefgründig gezeichnet werden. Also ich denke da jetzt vor allem so an so zum Beispiel Otto oder auch jetzt die Nachfolge. Da habe ich auch gar nicht so große Sorgen. Das Einzige vielleicht, ähm, in Anbetracht, dass wir hier halt nur acht Folgen und nicht, äh, zehn Folgen haben. Da hoffe ich, dass dann nicht in dem Sinne Abstriche, äh, gemacht wurden. Es gibt noch eine kleine persönliche Präferenz, die ich, was ich mir wünschen würde, das ist aber wirklich was, äh, Persönliches. Gern auch was zeigen, was abseits der Königshöfe oder was abseits der einzelnen Parteien stattfindet. Wie, äh, wie wird auf diesen, auf diesen Machtkampf reagiert oder was hat das für Auswirkungen auf die anderen, auf die anderen Lande und nicht nur Thronsaal, 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 Thronsaal. Ähm, das fände, das fände ich ganz schön. Und es gibt noch einen Punkt, und den hast du ganz am Anfang unseres Gals angesprochen, als du nämlich mit deiner Einleitung begonnen hast. Mhm. Diese, dieser Dualismus Grün gegen Schwarz. Ja. Was ja jetzt wirklich im Marketing. Oh ja. Bis aufs Letzte, ähm, ausgereist wird und was mir. Dezent auf die Nerven geht. Also ich fand's ziemlich nervig. Ja. Um ehrlich zu sein. Wir haben auch schon drüber geschrieben, es kann auch sein, dass sie natürlich dann damit spielen, um zu zeigen, ja, also eigentlich ist hier keine, äh, der Seiten wirklich die Bessere. Mhm. Und, äh, den Zuschauer damit, äh, so ein bisschen zu konfrontieren. Und, ja, also ich hoffe sehr, dass das auch ganz stark aufgebrochen wird. Und ich, ich hoffe es, also ich find's schade, dass es für, für das Marketing anscheinend so, also natürlich, das zündet wahrscheinlich total, wenn man sich eine Seite aussuchen kann. Wobei dann, ja, auch bei vielen die Fragezeichen da sind, wer sich denn da überhaupt für diese eine Seite, äh, entscheidet. Aber das sei mal dahingestellt, gibt's sicherlich auch viele Leute. Mhm. Aber dass so etwas notwendig ist, wo es doch eigentlich darum geht, dass beide, also dass keine der beiden Seiten wirklich wählbar ist. Und, und beide Seiten, also, dass es eigentlich eine einzige Grauzone ist und kein, hier ist die gute Seite und hier ist die böse Seite, wie es halt nun mal in der Welt von Game of Thrones oder in dieser Welt von House of the Dragon nun mal der Fall ist. Sich dann aber so, das zu evozieren, dass man sich jetzt für eine Seite entscheiden kann oder sich für eine Seite, ähm, eine Seite raussuchen kann, das fand ich in der, im Vorfeld eher anstrengend. Und ich, ja, hab dann aber doch die, die, die Hoffnung, dass das in der Serie dann dort deutlich aufgebrochen oder deutlich differenzierter behandelt wird, als es jetzt im Vorfeld, ja, angesprochen wurde. Also hast du nur einen der beiden Trailer geguckt? Ich habe keinen der beiden Trailer geguckt. Oh, oh, okay, komplett bullkottiert. Ja gut, es gab ja noch den Final-Trailer letztens. Ich hab allgemein, ich hab sehr wenig Bildmaterial tatsächlich gesehen jetzt zur neuen Staffel. Okay, das, das ist, das ist doch gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, äh, also ich, ich kann verstehen, was du meinst, zumal, ich mein ganz ehrlich, wer ist für die Grünen, äh, so ein bisschen, das kam ja auch schon bei uns im Discord auf. Das wird jetzt schön aus dem Kontext geschnitten, Dom, und dann, dann landen wir auf ganz, auf ganz komischen Portalen. Also du, ich nicht. Ja, das, das wird lustig, ja, mit Deepfake. Ja, also ich hab schon den Eindruck, dass die damit auch spielen. Es erinnert mich so ein bisschen an, äh, die Werbekampagne damals auch bei der achten Staffel, wo es so hieß, also wo man wirklich tausend Poster hatte und gefühlt jeder Charakter mal auf dem Thron saß. Und am Ende war halt der große Witz, ja, keiner sitzt auf dem Thron, keiner kriegt den Thron und der Thron ist, geht hops, ne? Ja, 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 das, aber das, das ist halt noch so ein bisschen, da spielt man halt so mit den, mit den, mit Lieblingsfiguren und im Zweifel ja auch mit mehreren, mit acht Stück, ne? Ja, ja. Und hier aber diesen, diesen Dualismus jetzt aufzumachen, so wie bei einem, wie bei einem, bei einem Fußballspiel oder bei einem anderen Spiel, wo zwei, sich zwei Teams so gegenüberstehen und so, na, welche Seite feuerst du an? Welche Seite soll die anderen vernichten? Ja, ja, ja. Ja, ja, dann gesehen haben, worauf es drauf hinausläuft. Also ich kann noch zu deinen Erwartungen, die du so gerade so formuliert hast, also auch in Richtung Claire Killner und so weiter, da kann ich schon mal einiges durchaus bestätigen von deinen Hoffnungen, ohne es jetzt irgendwie weiter auszuführen. Hast du schon ihre Folge gesehen? War sie Folge zwei? Folge zwei hat sie inszeniert, ja. Ah, okay. Und die Dame hat ja auch zuletzt, ich glaube, die hat zuletzt auch für die Fallout-Serie einiges gemacht. Die ist ja, die ist ja sehr, sehr umtriebig auf jeden Fall. Und ihre Handschrift erkennt man eindeutig, würde ich sagen, an der Stelle. Und was ich noch sagen kann, und damit würde ich das jetzt eigentlich dann auch beschließen wollen, weil du ja gerade irgendwie auch schon drauf kamst, ganz am Anfang der Folge wird man extrem positiv überrascht und enttäuscht zugleich sein. Okay. Und mehr sage ich dazu nicht, beziehungsweise ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer werdet das ja dann auf die Ohren bekommen. Ich kann das nochmal ein bisschen festzucken. Wir haben die ersten beiden Folgen ja, wie gesagt, vorab bekommen. Herzlichen Dank dafür an Warner Brothers und HBO an dieser Stelle. Und das wird dazu führen, dass wir diese Besprechungen vorproduzieren können. Das heißt, die werden pünktlich nach der Ausstrahlung, also die ja vom 16. auf den 17. Juni liegt, also im Klartext am 17. Juni vormittags, also an diesem Montag, werdet ihr unser erstes Recap hören können. Da auch allerdings leider nicht mit dem lieben Paul, sondern mit dem Kollegen David, der ja so seine Recap-Premiere bei uns feiern wird und dem Manuel, den ihr schon da draußen mal gehört habt beim Staffel-Recap zur ersten Staffel. Und ich kann mich erinnern, der hatte sich damals ein bisschen mehr Action gewünscht und ein bisschen weniger Geburten- und Tonfolgediskussionen. Und wie das am Ende ausgehen wird, was er bekommen haben wird, was nicht, das werden wir dann erfahren. Die restlichen Recaps, also ab Folge 3, werden dann wahrscheinlich entweder erst dienstags erscheinen oder sogar aber mittwochs, weil wir das ja dann eben, ja, zeitnah aufnehmen, schneiden, hochjagen müssen. Wir werden uns aber bemühen, das in einem relativ regelmäßigen Intervall zu managen. Ja, diesmal bin ich hauptverantwortlich dafür. Das heißt, ich werde noch mehr reden in den Recaps als schon vor zwei Jahren. Gewöhnt euch dran. Paul, ich freue mich aber auf jeden Fall echt, dich dabei zu haben. Und je nachdem, bei welcher Folge es dann klappt, aber es wäre vielleicht schön, wenn du dann jetzt irgendwie bei der dritten, vierten dabei sein könntest. Und dann vielleicht so, ich meine, das ist ja dann genauso die Hälfte. Und dann könntest du, glaube ich, auch ganz gut hier an die Diskussion anschließen und so verifizieren, was sich so jetzt für Hoffnungen bei dir erfüllt haben oder aber auch nicht. Das fände ich sehr spannend. Ja, ich bin auf jeden Fall doch gespannt auf das, was die nächsten Wochen kommen wird. Auch wenn vielleicht das ein oder andere ein bisschen jetzt pessimistisch klang. Ich bin aber auch bereit, da jetzt wieder reinzugehen und das Ganze auch zu schauen. Und genau, und vor allen Dingen auch bin ich darauf gespannt, wie ihr da draußen die Staffel wieder auffasst. Wir hatten ja auch letztes Mal schon, oder ja, vor zwei Jahren, ja, durchaus mal rege Kommentare, wo wir ein bisschen miteinander geredet haben, das gerne auch wieder in diesem Jahr, wenn ihr also eure Meinung kundtun wollt, wie ihr die Episode oder das Recap fandet oder Ergänzungen zu dem habt, was wir hier machen, weil wir nehmen es wirklich sehr, sehr zeitnah auf. Und da kann auch durchaus, also ich habe sie ja letztes Jahr immer nur einmal geschaut. Und ich weiß, Dom, du, du versuchst schon immer, sie mindestens zweimal zu schauen. Aber selbst bei zweimal gibt es Details, gibt es Bilder, gibt es irgendwelche, ja, Informationen, die uns da vielleicht doch durch die Lappen gehen und die ihr dann aber genauso gut vielleicht noch ergänzen könnt. Deswegen kommentiert gern unter den kommenden Recaps und ja, tauscht euch mit uns aus. Ja, ich habe dazu noch zu ergänzen, im Zweifelsfall haben wir als Backup noch die liebe Kollegin Theresia, die uns beiden letztes Mal ordentlich den Hals gerettet hat, was den Hals angeht. Oh ja, das ausgerechnet bei Driftmark, ne? Ausgerechnet bei Driftmark, die mit Abstand beste Folge und aber dieses Ende ist auch so relativ random. Ja. Ja, das ist leider etwas untergegangen und ich musste es nachts um 0 Uhr noch zurecht schnippeln, aber ja. Ja, das waren auch Zeiten. Aber ich kann schon mal sagen, hier bei den Recaps werden sowohl alte Bekannte von vor zwei Jahren zugegen sein, als auch einige Neuzugänge, die wir so zuletzt in der Redaktion haben. Also freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Auch da nochmal irgendwie etwas andere Perspektiven, frische Eindrücke zu hören, Betrachtungsweisen. Da freue ich mich sehr drauf. Aber, Paul, ich freue mich vor allem, wenn du mit an Bord bist. Und noch mehr freue ich mich darüber, dass erst House of the Dragon kommt und dann Rings of Power und dass da zwischen drei Wochen Pause sind. Ja, das stimmt. Das war ja letztes Jahr eigentlich der eigentliche Grund, warum ich das Ganze mal für die Staffel gemacht hatte, um dich so ein Stück weit zumindest zu entlasten, weil beides parallel lief. Ja. Aber ja, dieses Mal kannst du sehr entspannt steuern. Ja, mehr oder weniger so kurz, immer so kurz vor dem Burnout. Aber diesmal wird es vielleicht ein bisschen menschlich zumutbarer, weil es war damals schon hardcore. Wir können aber noch sagen, dass parallel zu House of the Dragon, mehr oder weniger parallel, noch ein anderes Recap-Projekt hier starten wird. zur vierten Staffel von The Boys von Amazon Prime. Da dürfen Interessierte unter euch natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören. Ich glaube, es sind auch acht Episoden. Vielleicht wird es auch hier so ein kleines Wettrennen, auch wenn wir schon wissen, was am Ende das bessere Format ist. Aber sei es drum. Wir können uns ja, war es nicht, wann warst du? Bei Westworld und mit wem hattest ihr damals bei Westworld immer, mit wem hattet ihr euch gekabelt? Ich glaube, das war mit dem Telehorst, ja, ja. Ach, das war mit dem Telehorst, okay. Aber diesmal haben wir ja ein Telestammtisch-internes Recap-Konkurrieren hier. Vielleicht fällt da die ein oder andere Spitze gegen die Kollegen. Ich weiß gar nicht, wer es macht, weil es gibt es da auch einen Verantwortlichen da. Wir werden es herausfinden und dann vielleicht das ein oder andere Mal subtil mit einfließen lassen. Ja, ich glaube, einer der Gründe, warum Stu wahrscheinlich nicht hier auftauchen wird und uns mit seinem wundervollen Namensgedächtnis beglücken wird, ist, dass er das, glaube ich, macht mit The Boys und wahrscheinlich zusammen mit Chef Andi. Aber das wird sich ergeben, man, mir tut es irgendwie leid, dass wir hier fast so ein bisschen pessimistisch klingen, weil ich freue mich unglaublich da drauf und kann auch schon mal ganz klar einen Daumen nach oben geben für die ersten beiden Folgen. Manche US-Kollegen haben ja schon mehr sehen können. Bei uns wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wir machen das Beste draus. Ihr dürft uns natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, in die Kommentare schreiben, was so eure Erwartungen sind, ob ihr jetzt noch mal den Rewatch macht, was ich wirklich jedem empfehlen kann oder sich halt ein Recap-Video irgendwie von HBO ansieht, was auch immer, oder vielleicht nur ein paar Szenen wie der Paul. Lasst uns das gerne wissen und kommentiert fleißig. Ja, bewertet uns, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen sind wir zu finden und auf tele-stammtisch.de könnt ihr natürlich auch gerne noch mal vorbeischauen. Wir sind überall zu finden, wo es Likes gibt und ich würde sagen, damit beschließen wir das hier. Ich danke dir vielmals, Paul. Freue mich wirklich, wenn du dann mal zu Gast bist bei mir und nicht umgekehrt. Das Interieur wird sich bis dahin vielleicht ein bisschen verändert haben, wer weiß. Aber ich kann es wirklich kaum erwarten. Und bevor ich jetzt hier noch platze vor Vorfreude, sage ich ja, Valamorgulis. Valadoheres. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.